Immobilien bei 10 Prozent Inflation. Wer soll sich das noch leisten? Wer soll die Finanzierung noch bestehen? All diese Fragen kommen täglich auf uns zu. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist kein leichter Markt. 100 Prozent. Aber das ist auch keine Alternative. Menschen, die jetzt gerade Barbarvermögen verfügen, sagen wir über 100.000 Euro auf dem Konto, haben innerhalb der nächsten sechs Jahre eine Halbierung des Vermögens. Das bedeutet, in den nächsten sechs Jahren sind ihre 100.000 Euro von der Kaufkraft noch ungefähr 50.000, ein bisschen weniger 50.000 Euro wert. Eine genaue Statistik darüber finden Sie hier bei uns auf der Website. Und Sie finden auch eine Statistik darüber, wie groß der Unterschied zwischen einem 100.000 Euro Geldwert und einem 100.000 Euro Immobilienwert in den nächsten fünf bis acht Jahren aussieht. Sie werden sich erschrecken, wie groß der Unterschied ist. Ich verrate Ihnen nicht zu viel, wenn ich Ihnen sage, mit der Immobilie fangen Sie da deutlich besser. Gucken Sie sich gerne an. Es ist hier verlinkt. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden.